So ihr Lieben, einen wunderschönen guten Montagmorgen, hier das Monday Update in E-Football 2023. Ich bin heute unterwegs, daher das Ganze mit Screenshots der entsprechenden Mobile-Version, aber die Inhalte sind ja 1 zu 1 gleich. Wir kommen jetzt hier mal gleich wieder zu den neuen Wettbewerben. Wir haben hier das Tour-Event in der J-League. Ihr könnt euch wieder ein Fähigkeitenprogramm holen. Wie gesagt, wer die Zeit hat, sollte sich das immer holen, denn diese Tickets sind eigentlich ganz gut und auch relativ wertvoll. Das Ganze nehme ich hier mal mit dazu. Ich bin mir nicht sicher, ob es das jetzt die letzten Tage im Rahmen dieses E-Football-Festivals schon gegeben hat. Hier gibt es einen ganz interessanten Tour-Event-Wettbewerb auch, der noch einige Tage geht. Ich bin jetzt nicht sicher, ob ich ihn die letzten Tage schon in einem der anderen Update-Videos mit reingebaut habe. Deswegen hier nochmal ganz kurz der Hinweis. Hier gibt es nicht nur 100.000 Gaming-Points, hier gibt es auch etliche ganz gute Belohnungen. Schaut euch diesen Event mal an. Eigentlich ganz gelungen. Wir kommen natürlich dann noch zum zweiten J-League-Wettbewerb, nicht PvE, sondern PvP. Hier seht ihr es wieder, Teilnahmebedingungen müsst ihr reinschauen, dürften aber sicherlich dann entsprechend auch wieder Spieler der J-League sein, die ihr für euren Squad braucht. Könnt euch 50 E-Football-Münzen auf Stufe 3 holen und auf den ersten beiden dann insgesamt noch zwei Spielerfähigkeiten-Tickets. Jetzt soweit, sag ich jetzt mal, wie gewohnt und gehabt. Und neu als Spielerliste hier die Spanische Liga, das Fan-Choice-Pack. Guckt doch mal gerne in mein Video vom Samstag rein. Dort habe ich die besten fünf Spieler des italienischen Fan-Choice-Packs mal eigens gelevelt. Und auch beworben, sag ich mal, das italienische gefällt mir mit Abstand am besten. Das englische gab es ja auch schon jetzt hier. Wie gesagt, das spanische mit Courtois beispielsweise, mit Gavi, mit einigen anderen Spielern, wie ihr hier seht. David Silva, Edison Cavani, ja auch beides absolut verdiente Spieler in ihren Ligen. Und hier habt ihr eben auch wieder die Möglichkeit, 20 Spieler zu ziehen für 2000 Münzen. Geht also ein fairen Deal ein, weil ihr eigentlich auch wieder sehr, sehr gute Karten hier bekommt. Ich denke, der ein oder andere wird hier sicherlich nochmal ziehen, denn das ist sicherlich wesentlich lukrativer in Summe, muss man ganz ehrlich sagen, als wenn man auf die 150er-Legendenlisten geht. So zumindest meine eigene Meinung. Hier noch die letzten der 20 Spieler, natürlich ergänzend von mir gezeigt. Und ja, wie gesagt, auch die spanische Liga hat hier mit ihrem Fan-Choice-Pack den einen oder anderen guten Spieler. Ich persönlich finde es jetzt nicht so interessant, aber ich denke, der ein oder andere von euch wird hier sicherlich ziehen. Leute, danke, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid. Euch einen guten Start in die Woche. Und wenn es News, Infos, Updates gibt, natürlich wie gewohnt zu diesem Spiel auf meinem Kanal und immer die Augen offen halten. Auch andere Sportspiele werden jetzt dann demnächst mit Previews an den Start gehen, denn im Herbst kommt ja einiges an neuen Sportspielen raus. Leute, bis dahin. Ciao, ciao. Bis dann. Bis dann. Vielen Dank.